Hallo und Herzlich Willkommen zurück bei Legend of Zelda Zerminischke. Wir werden in diesem Part noch mal ein bisschen weiter hier die Stadt unsicher machen, weil ist ja doch recht interessant, was man hier alles so erfährt und sieht und so. Das ist schon lustig. Mal gucken. Ich will Fragmente weiter vereinen, das macht echt Fun. Da habe ich schon ausprobiert, da war ich schon drin. Fragmente sind toll. Mal gucken, was Marlon eigentlich sagt. Die haben wir noch gar nicht angesprochen. Ah, willkommen, ich biete die besunde Lonlon Milch an. Eine Flasche voll kostet 100 Rubinen. Möchtest du Milch kaufen? Nein, die gibst du nämlich für uns für ein paar Cent. Achso, ich bin immer hier in der Nähe. Also, komm einfach wieder vorbei. Nein, das ist leider zu teuer. Was hast du zu sagen hier? Ich bin hier, um ein Buch rauszuleiten. Eigentlich müsste schon geöffnet sein, aber... Ist noch zu, ne? Merkste, ne? Okay. Wir können... War ich hier schon klein drin? Nein. Der will Fragmente. Okay, machen wir. Ich hoffe, ich habe es da. Ja, ich habe es da. Cool. Cool, die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Ich hoffe, hier in der Nähe... Ah, das ist bei mir über am Haus, glaube ich. Was ist das? Sie passen perfekt. Hoffentlich passiert etwas Gutes. Ich hoffe auch. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich hier hoch? Ich will hier weiter. Da kann ich auch noch nicht rein. Das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Was war hier nochmal? Ach, ach ja, der... Der mit seinen blöden Muscheln. Ja, wir werden es auf alle Fälle später auch machen. Nur ich habe da jetzt im Moment keine Lust zu meinen... Muscheln... ...zulassen. Ich will erstmal wissen, ob ich hier... Was war... Ah, der Briefträger. Mal gucken, ob der irgendwie was hat. Und zack, und zack. Ein Brief hier, ein Brief da. Sonst hast du nichts zu sagen. Auch gut. Kann ich dir irgendwie helfen oder so? Nö. Hier gibt es auch so nichts. Wir werden nochmal klein, würde ich sagen. Obwohl, wir gehen erstmal jetzt zum... Zur heiligen Stätte. Kann ich hier eventuell schon her? Ja, Tatsache, das geht. Geil. Irgendwo war hier doch das... Glücksfragment. Genau, das Glücksfragment war hier. Das Vieh, wo ist es? Ich mach die Splatt. Da bist du. Ja, cool. Der hält aber aus, du. Vorteil ist, dass das Vieh jetzt hier die ganze Zeit gegenrennt. Alter, was hält das Vieh aus? Lieber Scholli, das war aber ordentlich. Cool. Immerhin gab es Rubine. Cool, hier geht es runter. Nett. Nett, nett. Guck mal, was es hier gibt. Ach, den kann ich... Jetzt teilen. Ich hab drei. Ja, ich denke nicht, dass der mich schon unterrichten wird. Ich bin Maximus. Der wachhaftige Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, willst du schnell Fortschritte machen. Aber es ist viel zu dunkel hier. So könnte ich nicht trainieren. Können wir dich nicht trainieren. Wie kriege ich denn nachher Licht? Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Auf alle Fälle können wir hier jetzt schon mal allgemein weiter suchen. Das ist cool. Gab es hier sonst nicht noch was? Genau, da ist noch was. Ach Gott, ich kenne hier sogar klein her noch. Nachher noch. Boah, noch ein Herz-Hall. Damit haben wir ein Herz voll. Juhu. Herz-Halle erhalten. Vier Herz-Halle geben einen neuen Herz-Container. Dein Herz-Hall erhöht sich um... Hä? Ach, er hört sich um... Du hast wieder volle Energie. Cool, jo. Okay. Auf andere Seite... Oh, ne, auf andere Seite kann ich noch nicht. Oh, kann ich hier noch nicht hin? Nö. Schade. Auf Gefehlen des Königs darf ich hier niemanden durchlassen. Also geh nach Hause. Ähm. Schade. Weil da gibt's ja auch noch was. Ah, klein. Okay, hat sich erleden. Aber wo... Wo? Da kann ich noch nicht mehr mehr rein. Scheiße, Mann. Auf Gefehlen des Königs darf ich hier niemanden durchlassen. Und geh nach Hause. Das ist kacke. Jetzt komm ich doch gar nicht mehr da in diesen Schloss rein. Äh, in diesen Palast-Dings. Das ist ärgerlich. Wieso? Was... Was hat das mit den blöden Dingern hier auf sich, Mann? Ah. Ne, das ist schade. Das heißt, wir können das Schwert auch noch nicht besser machen. Hm. Schade. Gehen wir einmal Richtung links Häusken, wa? Wir müssen sowieso jetzt irgendwie erstmal Schwemmflügel haben, wenn wir da zum Hyrule-See wollen. Hyrule-See. Ne, hieß der so? Quatsch. Rehneffen-Scheiß. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ach, cool. Was sehen wir da denn? Putsch. Träger der Heiligen Macht. Ja, ja, ja. Und du hast dich wieder schraubt. Oh, ne, doch nicht. Was hast du denn zu sagen? Jetzt ist gerade Unterricht. Du darfst hier nicht rein. Ich will da aber hin. Da verlasse ich die Stadt. War ich hier? Schon? Ich weiß das jetzt gar nicht. Kann ich rein? Ja. Doch, hier war ich. Was ist denn mit dem? Wie kriege ich die Masken denn runter? Vielleicht, wenn ich da vorrenne. Würde ich mal behaupten. Bam. Also werden wir wieder was erfahren. Bam. Bam. Ja, war cool. Du willst nichts tauschen? Den war klein. Hallo, Minisch. Der Bürgermeister sammelt Masken und stellt auch selbst welche her. In diesem Haus wohnt ein wichtiger Mensch. Der Bürgermeister. Hager heißt er. Ja, toll. Das ist doch hier total sinnvoll. Wow. Und wie ich sagen, sprechen wir den jetzt trotzdem nochmal kurz an. Ja, war so klar. Mann, der ist so klein und kommt da nicht vorbei. Das ist doch so blöd. Kutsch. Hände wieder groß. Was hast du denn so zu sagen? Ich hab das schon wieder vergessen. Auf mein Ferienhaus am Hallhüliasee bin ich sehr stolz. Ein sehr, sehr hübsches, gemütliches Häuschen. Dort bastle ich Masken. Hm. Haben die Masken nachher irgendwas auf sich? Ich weiß es nicht. Ach, da kommt bestimmt noch was. Ne, hier brauch ich. Ah, hier bin ich hier. Wie war das mit zwei Klapp das nicht, ne? Und drei kann ich noch nicht, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Nee, schon. Und drei? Ja, nee, zwei nur. Ja und zwei. Nee, da brauch ich drei für. Ja, ach schade. Schade, schade, schade. Schade. Ja, wir kommen jetzt aber auch nicht der Entschloss. Was machen wir denn da? Oh. Erstmal geht's Richtung Link Häuschen. Da war genau, das war dieses... Nein, wir kaufen jetzt erstmal eine Pfeile. Dann haben wir das schon mal weg. Dann haben wir das schon mal weg. Und da gibt's noch eine Flasche. Da müssen wir auch noch irgendwo gleich hin. Ja, möchte ich haben. Dankeschön. Ja, ne? Bedankt dich, du. Aber nicht zu knapp. Kann ich hier irgendwie klein werden? Ja. Der will tauschen. Mal gucken, ob ich jetzt ein Fragment habe zum Tauschen. Letztes Mal klappte das, glaube ich, nicht. Ja, hab ich. Cool. So, mal gucken, was passiert denn Schönes. Gernhund. Auch nicht schlecht. Schicker Name. Ja, toll, da komme ich doch nicht hin. Noch nicht. Komm, wir sind schon später mal. Kann ich so ganz mimisch hoch nachher, so wie das aussieht. Ja, war klar, dass das... Ach, verdammt. Werden wir klein. Ach nein, muss ich euch mal das Ding umdrehen. Da, der will gestoppt. Quatsch. Quatsch, mal gucken, was Fifi zu sagen hat hier. Cool, da will ich übertauschen. Haben wir, haben wir, haben wir. Tschüss. Ach, wo ist denn das? Chloria war halt. Gut. Nee. So, jetzt sind wir auf dieser Seite klein. Kann ich hier jetzt her? Nein, der steht mir auch noch im Weg. Ach, da, Mann, wie kriege ich den denn da weg? Ärgerlich, ärgerlich. Oh. Ich habe Angst. Warum bin ich nicht eigentlich letztens schon da hochgelaufen? Idiot. Die Seite kennen wir ja rein theoretisch schon. Dann gehen wir nochmal wieder zurück. Dann gucken wir da nochmal so rum. Hau ab, Katze. Danke. Da kann ich nicht rein. Da komme ich her. Da kann ich so nicht rein. Da hinten kann ich rein. Dann wollen wir mal checken, was da so ist. Okay. Ich habe da so, ja, ach, na, tut doch weh. Hallo. Das Brot von Krümel ist das beste ganz Heilgul. Ja, ich finde es auch lecker. Manche Stibitzen, äh, manchmal Stibitzen wir Brotreste. Ihr seid aber fies, ihr kleinen Schlingel, ihr. Flutsch, flutsch, flutsch. Ich glaube, hier ist nix, außer Truhe. Da muss ich aber auf der anderen Seite rein. Machen wir das. Chip. Ähm. Das riecht aber gut. Kann ich leider nicht riechen, mein Freund. Und das so zu sagen, wir lieben Brot. Ja, Brot an die Macht. Ja, wieder 100 Rubine. Noch eine Rubine. Ach Quatsch, nochmal 100, knapp 100. Dann können wir da mal für 400 Rubinen übernachten. Was ich echt wohl ausprobieren möchte. Ist bestimmt lustig. Cool, ich kann sogar hier. Ah super. Na. Lauf, 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 lauf. Was gibt's hier sonst noch so zu sehen? Da, mit, oh, der Postbote, na. Ich mag den nicht, ich hab den gefressen. Aber volles Brauch. Hier ist so nix mehr. Da dürfte ich nicht rüberkommen, nein. Dann war's das hier. War ja jetzt nicht so der Burner, ne. Da wohl der komische Geist vorsitz können wir noch nicht rein. Oh, oh. Ich habe Angst vor Gespenstern. Er sieht zwar drollig aus, aber ich habe trotzdem Angst. Du nicht? Nein. Ich will, warum kann ich da nicht? So. Komm doch nicht durch. Ach man, warum kann er da denn nicht vorbei? Da können wir auch nix machen. Ja, dann würde ich sagen, wir werden wieder groß. Oder wollen wir nochmal versuchen, da hinten vorbeizukommen? Bei, äh, Dr. Wiley da im Haus. Dass wir da vielleicht irgendwie was übersehen hatten und da eigentlich nicht doch wohl herkommen. Vielleicht war ich ja nur wieder zu doof. Naja, ich muss hier erstmal... Ah, das ist ärgerlich. War ich hier letztes Mal auch schon? Kennst du den Geheimspruch, der zum Schatz führen soll? Ach, das war das genau. Über den reißenden Strom führt eine schmale Brücke. Dann vorbei an den großen Wesen neben einem wilden Wasser. Das ist der geheimen Eingang zu dem Ort, an dem der Schatz verborgen ist. Es soll ein Werkzeug sein, mit dem mängisch riesige Dinge schieben können. Das heißt, ich muss da hinkommen ohne, äh, ohne, äh, wie heißt es denn? Ohne, 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 ach man, komm jetzt hier drauf. Ah, ohne groß zu sein, so man ich das. Da müssen wir mal gucken, ob er da jetzt irgendwie hinkommt. Das muss ja dann gar nicht so schwer sein. Stimmt, ich kann ja auch hier dann... Ah, 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 hallo. Einen Kopfsprung in den Brunnen, wahrscheinlich ertrinkt man. Komm ich da überhaupt irgendwie hoch? Ja, das meine ich, da muss ich hin. Nur die Frage ist, wie komm ich da hin? Frage über Fragen, das ist es ja, ich komm ja so gar nicht her. Das ist doof. Das ist ärgerlich, ich muss da, kann der Treppen steigen? Das probieren wir noch in diesem Part schnell aus. Ja, Treppen steigen gucken. Treppen steigen, Treppen steigen. Hm, glaube aber nicht. Hm, hm. Der wird heute einen Wendetausch. Für einen eher gesagt. Hab ich's, hab ich's, hab ich's, ja. Machen wir das. Ach Gottchen, wo ist denn das? Ach da, keine Ahnung. Ah, Golden Tour. Wo ist denn das? Sind da etwa diese Dinger drin, diese, diese, um, um, äh, Dings zu lernen? Um, äh, diese, also diese Schriftrollen, die Schwertkunst. Ach, ich muss da doch irgendwie hochkommen. Das ist doch doof sonst. Allein schon, weil das ist 100 pro da, wo ich hin muss. Das Problem ist halt, ich komm doch gar nicht hoch, so. Oh, bitte, komm doch auch mal, nein, 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 ich muss den ganzen scheiß Weg wieder zurücklaufen. Oh, nö, ach Link, kannst du da nicht eben rüberhüpfen oder so. Ah, übelus, übelus. Ah. Dann nehmen wir die, oh Junge, ey, alter, da ist man schon so klein und der rennt einen immer noch rum. Was ist der hartnervig? Kommen wir von hier irgendwo dahin? Können wir da irgendwie noch was machen? Hier ist aus. Ah, 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 ja toll, super, klasse, was für ihr denn das? Ich muss, ah, ich hab ne Idee, 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 mal gucken, ob das klappt. Bam. Nein, klappt nicht. Och man, wäre zu schön gewesen. Okay, das klappt nicht. Okay, machen wir an diesem Part Feierabend und gucken im nächsten Part mal ein bisschen weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, schöpö. Tschüss. Tschüss. Tschüss.